Immer deutlicher zeigt uns die Schlafforschung auf, dass das Gewicht auch mit unserem Schlaf zu tun hat, insbesondere das Übergewicht. Das bedeutet Menschen, die schlecht schlafen und die auch zu kurz schlafen, die also sozusagen ein Schlafdefizit haben, bei denen ist die Gefahr der Gewichtszunahme viel größer. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, für die Qualität des Schlafes zu sorgen und das geht am besten mit einem ganzheitlichen Schlafgesundkonzept.